Bantley kümmert sich um Sly. Er möchte, dass ich dich für die Mission bereit mache. Ui, der Schildkröten-Typ gestattet den Tauchgang. Na dann los, unglaublicher Demis. Dein Plan, wie soll er funktionieren? Mein Plan, dich allein in den Tauchanzug zu kriegen? Das sind Sache, meine Liebe, und sprech es aus. Dies sind gefährliche Wasser und ich bin ein großer, starker Mocchio. Okay, erstens, komm wieder runter. Zweitens, das ist mein Ernst, komm wieder runter. Und drittens, spring in das Wasser und find es leist stark. Das ist der Schlüssel zum Cooper-Tresor, den dürfen wir nicht verlieren. Salzige Worte von so süßen Lippen. Ich tauche, Baby, ich tauche für die Liebe. Ui, ei, ei! Schnapp dir schnell den Stab. Ich habe einige von Dr. M's Kreaturen geortet, die darauf zuschwimmen. Du musst ihre Zangen mit Schwimmzügen ausweichen. Halte die L1-Taste gedrückt, um schneller zu schwimmen. Aber pass auf, dass dir die Wurze nicht ausgehebt wird, sonst steckst du da fest. Die L1-Taste gedrückt wird, sonst steckst du da fest. Ich verstehe kein Wort von dem, was dieser Irre da unter Wasser schreit. Aber das ist mir auch egal. Bring einfach den Stab zurück. Gut mitgedacht. Schalte Dr. M aus. Er ist der treuige Geist hinter den Angriffen der Kreaturen. Er ist der Treuige, die Stab. Ist das fertig? Please sit here. Oh, okay. Das ist nicht das Ende, Nathai. Die Kuma-Welt kontrolliert zwar das Wasser, aber mir gehört der Himmel. Er hat den Stab. Es tut mir leid, Dimitri. Du hast dein Bestes gegeben. Komm zurück zum Schiff. Die Kuma-Welt